Was ist immersives Lernen? Du bist in der Schule, guckst in dein Buch rein und die Lehrerin erzählt dir Fakten über den Regenwald. Währenddessen denkst du übers Mittagessen nach. Nun fliegst du mit deiner Klasse in Regenwald anstatt des Unterrichtes. Die Lehrerin erklärt dir vor Ort wieder die Fakten über den Regenwald. Du hörst gespannt zu. Nun sollst du über die Rodung was lernen. Du siehst die Baumstümpfe, den Traktor und die Sojasprossen und ihr seid alle total erschrocken. Nun geht es wieder zurück in die Schule. Würdet ihr jetzt einen Test schreiben, würdest du dich an die Ereignisse im Regenwald erinnern und der Test würde richtig gut ausfallen. Das nennt sich nun Immersion. Immersion